Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Test auf meinem YouTube-Channel. Das ist die zweite Harley-Benten-Gitarre, die ich auf eure Anregung hin teste. Es gab sehr viele Anfragen, dass ich mal Harley-Benten-Gitarren testen soll. Und da ich gerne eine Gitarre hätte mit P90-Pickups, weil mir das noch in der Sammlung fehlt, habe ich gedacht, komm, probierst mal Harley-Benten-Gitarren. Hat mir ursprünglich eine andere bestellt, die ich letztes Mal getestet habe, so eine blaue, PAS-mäßige. Die ich so mäh fand. Und dann habe ich ein bisschen geskyped mit dem Henning, mit dem HP42, der gesagt hat, gib Harley-Benten noch eine Chance, die bauen teilweise geiles Zeug, vor allem für den Preis und bestell dir die. Also er wollte, dass ich es in gelb bestelle, gelb gefällt mir nicht, ich habe es in weiß bestellt. Nennt sich, also der Typ der Gitarre, Harley-Benten SC Special Faded White. Für sage und schreibe 239 Euro. Die ist natürlich von dem Aufbau her viel weniger aufwendig als die letzte. Keine gewölbte Decke, kein geflammtes Ahorn. Dafür haben wir eine matt-weiße Lackierung, die ziemlich gut ausgeführt ist, außer hier so einem kleinen Pünktchen. Und das zeige ich dir jetzt, nehme ich die andere Kamera. Hier. Da ist so eine, genau, jetzt hat er scharf gestellt, da ist so eine Stelle, da ist der Lack so ein bisschen, naja, nicht richtig sauber lackiert einfach. Und der Rest der Gitarre ist aber einwandfrei, würde ich sagen. So. Schöne Vintage-Tuner. Ja. So, das ist so eine Art Les Paul Junior. Genau die Gitarre gibt es auch von Gibson. Also, die sieht fast genauso aus, auch mit P90. Das haben sie schön abgeklatscht. Und eigentlich wollte ich auch genauso eine, nur ist Gibson in der Verarbeitung wahrscheinlich auch nicht besser als die hier für 239 Euro. Ist besser geworden, ich weiß, aber die hier, ja. Und nachdem die letzte Harley-Bänden so ein bisschen mäh war, war ich jetzt sehr gespannt auf die Gitarre. Und mein Urteil erfährst du, nachdem ich hier ein bisschen was gespielt habe. Fangen wir mal mit dem Clean Sound an. Hals Hamburger, das ist ein P90 von Roswell. Und es geht los. Mal gucken, ob die stimmt. Ja. Mittelstellung, drum frei. Stick Pick Up. So, nächster Amp, ein Marshall. Und das ist eigentlich das, wofür ich die gekauft habe. Dieses Sounds hier. So, nächster Amp, ein Marshall. Leadsound mit Hals Hamburger. Und nun wirklich schnell runterdrehen. Du merkst schon, da geht was. Letzter Amp, SLO 30 von Soldano. Stick Pick Up, Brett. Hals Hamburger. Okay, ich gebe es ungern zu. Aber die Gitarre ist saugeil. Für 239 Euro bin ich froh, dass ich die gekauft habe und nicht die Gibson. Ja, die bleibt auf jeden Fall. Ich habe mir schon Kinman Pick Ups hier reinbestellt, weil ich bin extrem allergisch gegen dieses Brummen. Mag aber diesen Sound. Und Kinman sind die einzigen Pick Ups, die brummlos so einen Sound hinkriegen. Rein vom Klang her von den Pick Ups sind Kloppmanns noch ein Tick geiler. Aber die sind halt Standard von der Verkabelung her und die brummen halt auch. Deswegen bin ich da eher so auf den Hamburgern von Kloppmann. Und die, ja, also ich hätte halt gerne welche, die nicht brummen. Und die gibt es halt nicht von Kloppmann. Leider. Ja, vielleicht baut er hier irgendwann mal welche. Aber bis jetzt gibt es die nicht. Ansonsten gibt es bei der Gitarre nur ein einziges Problem. Das ist der Bund hier. Der ist, ich würde nicht sagen Deadspot, aber der ist so ein bisschen. Der schnarrt, die anderen schnarrt alle nicht. Die Gitarre hat ein unglaubliches Sustain. Also wenn mir jemand erzählt hätte, das ist die Gibson, hätte mir die Augen verbunden. Das wäre die Gibson, das Paul Junior mit B90 oder wie heißt die Tribute, diese günstigere, hätte ich gesagt. Ja, glaube ich auf jeden Fall. Und das ist auch noch eine gute dazu. Also die bleibt hier auf jeden Fall. Die geht nicht mehr zurück. Ingegnen zu der blauen, die geht jetzt direkt zurück. Hier oben noch ganz schönes Detail. Wir haben hier auch weiße Plastikknöpfe. Sind so wie bei einer Klassik-Gitarre. Passt optisch hervorragend zu der weißen Gitarre. Die ist matt-weiß überall. Fühlt sich extrem smooth an. Klar, hier der Lackübergang zum Griffbrett. Da merkst du eine Kante. Das ist natürlich ein bisschen unschön. Aber irgendwelche Abstriche musst du ja machen für 239 Euro. Ansonsten, die Brücke ist ziemlich gut. Du kannst alles einstellen. Du kannst die Höhe einstellen. Du kannst die Seiten, also die Bundreinheit einstellen. Ja, die Knöpfe sind sogar ganz schön. Die passen genau zur Gitarre. Der fühlt sich auch ganz gut an. Ja. Was würde ich sagen? Also wenn jemand so eine Gitarre sucht, also eine Les Paul mit P90, dann würde ich sagen, bestell die auf jeden Fall und du wirst sie wahrscheinlich nicht zurückschicken. Richtig gute Gitarre. Und wenn du noch bedenkst, dass die 239 Euro kostet, ist es ein absoluter Schnapper. Kann ich nur empfehlen. Wer sowas sucht, ja. Aber das heißt nicht, dass alle Harley-Bandons gut sind. Die blaue, die ich getestet habe, die war nicht gut. Auch nicht für 250 Euro. Sondern so, meh. Als Basis für einen Mod, wenn dir die Optik super gut gefällt. Aber die hier, die brauchst du nicht mal modden. Die kannst du genauso spielen, wie sie ist. Klar, ich hätte jetzt halt gerne Neusles-Pickups drin. Da kostet einer 180 Euro. Ist eigentlich ein Witz, ne. Aber egal. Gut, Stimmung hält sie auch. Hast du eben gehört. Ich habe ziemlich wild rumgebändet. Und ja, das ist die Harley-Banden SC Special Faded White. Und die kriegt von mir einen Daumen nach oben. Genau das kannst du auch machen zu diesem Testbericht. Mir einen Daumen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat. Ansonsten zwei Daumen nach unten. Hilft immer ganz gut. Wenn du es mir richtig geben willst, Fragen dazu in die Comments rein. Wenn es dir gefallen hat und du mehr davon sehen willst, abonnier doch einfach meinen Channel. Und ja, das war es dann hierzu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mach's gut. Und tschüss.